Hallo Youtube und herzlich willkommen zu einer Runde Skywars. Das wurde sich gewünscht sowohl auf Twitter als auch auf YouTube. Und deswegen kommt jetzt hier für euch Skywars. Wir spielen auf dem Map of Pines und ja, hoffen wir mal, dass die restliche Runde besser läuft als der Stuff in der ersten Chest irgendwie so. So, Deutsch ist immer noch nicht meine Stärke. War es das jemals, ist die Frage. Nein, war es nicht. Stuff wird nicht besser, wenn wir jetzt hier so bewusst sind. Da war das wirklich ein Pyrodor. So, erster Kill. Und weiter geht's. Alles weg, 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 weg. So, wir haben jetzt eine Picke, die unnötig ist. Wir haben einen Gegner, der sich nicht towert, hoffentlich. Ne, es towert sich hier gar keiner. Keine Ahnung, was ich hier baue. Leute, fragt mich nicht. Ich hör mal auf damit. Und er macht einen TNT-Boost. Ei, reicht's? Fuck. Ich dachte, ich kill den damit, dass ich den vorher noch abwerfe. Das hat auf jeden Fall seine, ähm, seine Flugbahn, ähm, negativ beeinträchtigt. Sagen wir es mal so. Naja, John Cena kannst du wohl noch nicht so gut. Ein Tower-Typ. Wir haben noch keine Sticks und es hat gerade an der Tür geschellt. Und zwar brauche ich alles nicht. Brauche ich alles? Ich sammle es wieder ein. Nicht so. Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt dein Ernst ist, denn dann... Ach, Jungs, Leute. Sowas muss doch ernsthaft nicht sein. So. Gut, Game, Kotti. Oh mein Gott. Ja, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier auf der Map Briggs. Und ich hab mal diesmal nicht das Kit Knüppel genommen, sondern wieder das Attentäter-Kit. Es ist irgendwie nach Mage echt mein Lieblings-Kit geworden. Meine Chess-Loot-Skills sind immer noch gleichbehindert wie damals. Warum sollten sie sich auch verbessert haben? So. Äh... Das kann alles weg. Ich hab immer gerne ein aufgeräumtes Inventar gearbeitet. Das wisst ihr aber auch. Ich probier gerade, äh, neue Animation-Settings bei... ...Lady-Mod aus. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen... ...Dümmer spiele. Lol. Trotz Fail-Emoji haben wir es dann doch geschafft. Protection 1. Protection 1. Okay, den zweiten haben wir auch. Ich steck immer wieder neue Chips. Also, er wirft seinen Anjan, den Bottles runter. Good game. Äh, wir hatten nur noch keine bessere Brustplatte. Das ist... ...kein... ...gutes... ...Equipment, was ich hier wieder alles wegwerfe. Wir können uns aber eine tolle Chessplate machen. Und das machen wir jetzt auch. Und... ...da haben wir sie. Enchanten tue ich sie jetzt mal nicht. Ich glaub nicht, dass das so wichtig ist. So. Und da leben auch schon nur noch drei Spieler. Äh, vielleicht er hilft mich. Ich wusste, dass der irgendwas macht. Der guckte schon die ganze Zeit so dumm zu mir rüber. Und deswegen wollte ich mich gerade ins Codeback placeen. Da hab ich aber schon seinen Namen aufblitzen sehen bei mir. So. Und... Der hatte... ...die nötigen Level, die wir brauchten... ...für unser Knockback... ...Schwert. Und da kommt der letzte. Und tschüss. GG. Und da haben wir auch schon die zweite Runde gewonnen. Und... Ich würd mal sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Skywars auf meinem Kanal. Und ja, jetzt nehm ich gleich noch Badwars auf. Denn das wird heute auch noch kommen. Damit beides mal wieder kommt. Denn beides kam lange nicht mehr. Also, wir sehen uns heute im zweiten Video wieder. Bis später. Tschö. Möde. 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 Möde.